Liebe Studierende von Essay 1, dies ist die Veranstaltung zu Komponenten. Prinzipiell, was ist unsere Agenda? Wir kümmern uns darum, was Komponenten sind und dann reden wir näher über UML-Komponentendiagramme und ich gebe Ihnen auch ein Beispiel, dass Sie das einordnen können, wie sowas in der Realität aussieht. Die Lernziele heute sind, dass Sie mir erklären können, was eine Komponente ist, dass Sie die Konzepte Port, Schnittstelle, Connector und auch Komponente an sich kennen mit den UML-Stereotypen für diese Komponenten, dass Sie Komponentendiagramme zeichnen können, das können Sie in einer Übung lernen, die es als Arbeitsbogen gibt und dass Sie auch Notationsalternativen für benötigte und angebotene Schnittstellen kennen. Da gibt es zwei Varianten, das zu zeichnen. Beide Varianten sollen sie beherrschen. Dann stellen wir uns doch erstmal die Frage, was sind denn eigentlich Komponenten? Ich greife hier auf eine Definition von Clemens Schepersky zurück, die, na, solide 25 Jahre nahezu alt ist. Hat er 1996 auf einer Konferenz so gesagt. Also mal versucht auf Deutsch, eine Softwarekomponente. Und es geht jetzt hier um Softwarekomponenten. Der Begriff Komponente ist sehr groß, wir haben jetzt eine spezifische Definition davon, ist eine Kompositionseinheit. Wir kümmern uns gleich darum, was das heißt. Das ist das Erste, was irgendwie spannend ist. Mit vertraglich festgelegten Schnittstellen. Das ist übrigens ein ganz interessanter Begriff in der Softwaretechnik oder im Softwareengineering. Vertraglich festgelegte Schnittstellen. Das können Sie sich tatsächlich wie einen Vertrag vorstellen. Zum Beispiel, wenn Sie Amazon Web Services einkaufen, dann gehen Sie einen Vertrag ein über, ich weiß nicht, eine Million Nachrichten. Und das kostet Sie dann 2,50 Dollar oder so. Das heißt, da gibt es tatsächlich Verträge, da stehen dann auch sowas wie Leistungsgarantien drin. Also wir sagen, Sie können mindestens so und so viel Stück pro Sekunde einsetzen. Und die haben maximal eine Laufzeit von so und so lang. Also Sie brauchen so und so lang, um irgendwo anzukommen. Das kann sehr, sehr konkret werden und es kann tatsächlich juristisch ein Vertrag werden. Kann aber auch sein, so ist es, also das hat sich tatsächlich ergeben in den letzten 20 Jahren, sage ich mal. Kann aber auch so sein und ich glaube, Erschi Perski meint, dass das auf einer Ebene von Signaturen. Also zu sagen, ich gebe dir gewisse Garantien, was ich tue. Und das ist nicht nur Syntax, es ist tatsächlich auch Semantik. Da steht also dahinter, was bedeutet das, was ich tue? Was passiert da eigentlich? Und dafür erwarte ich von der Gegenseite ebenfalls was Bestimmtes. Wenn man das auf der Ebene von Signaturen sieht, dann ist das zum Beispiel das erfolgreiche Durchführen, eine Voraussetzung für das erfolgreiche Durchführen einer Bindung, also Linking. Der Satz geht weiter. Also wir haben jetzt diese, eine Einheit, eine Kompositionseinheit und vertraglich festgelegte Schnittstellen. Und außerdem sagt er, explizite Abhängigkeiten zum Kontext, also zur Umgebung. Das heißt, man schreibt auf, diese Komponente hat eine Abhängigkeit und sie besteht da und darin. Dass man, wenn man die Komponente hat und sie starten möchte, sehen kann, ob alle Voraussetzungen erfüllt sind. Das ist die Idee. Und das ist das, was eigentlich Komponenten zum Tisch gebracht haben, sage ich mal, also beigetragen haben, ist dieses, dass man ganz genau oder explizit hinschreibt, welche Abhängigkeiten bestehen und was für eine Komponente beiträgt. Dass sich zum Beispiel eine bestimmte Bibliothek in einer bestimmten Version zur Verfügung stellt. Eine Softwarekomponente kann unabhängig deployed werden. Ich nehme jetzt mal deploy als englisches Wort, weil ich finde, es gibt kein deutsches, das es trifft. Installiert vielleicht, aber es ist mehr. Das heißt, die Möglichkeit ist sozusagen, in ein Laufzeit System einzubringen, zu installieren, zu starten, ist unabhängig. Das heißt, man kann diese Komponente kriegen und es kann irgendjemand tun. Zum Beispiel subject to composition by third parties. Das heißt, es gibt einen Drittanbieter, einen Dritthersteller, eine dritte Partei, sagt man. Also nicht nur zum Beispiel einen Entwickler und einen Auftraggeber, sondern irgendjemand anders, einen Integrator zum Beispiel, der diese Sachen zusammensetzt oder einen Administrator. Das heißt, ich sage mal, Fremdkomponierbarkeit. Das wäre so das Stichwort, unter dem ich das fasse. Also, um das mal aufzubedröseln. A Komponenten ist a unit of independent deployment. Unabhängiges deployment. Unit of third-party composition. Irgendwer anderes kann sie mit anderen zusammensetzen und daraus ein System bauen. Und it has no persistent state. Und darauf gehen wir gleich nochmal ein, was ist denn persistenter Zustand? Also, sie ist zustandslos, sagt man. Hier unten habe ich noch das Buch angegeben. Der Schiperski hat ein Buch geschrieben. Component Software Beyond Object-Oriented Programming. Das ist jetzt die Version von 99. Ich habe noch eine aktuellere Version hinten drin. Wie gesagt, das ist alles relativ antik, sage ich mal, für die Informatik. Aber immer noch eine Grundlage für vieles, was Sie prinzipiell auf Ihrem Rechner machen, in modernen zum Beispiel Betriebssystemen. Ich würde jetzt gerne diese drei Kategorien oder diese drei Kriterien durchgehen. Das Kriterium der unabhängigen Verteidigung, die independent deployment. Was heißt das? Das heißt erstmal, es gibt eine Eigenständigkeit der Funktionalität. Die Komponente hat eine eigene Funktion, die sie erfüllt. Und sie ist unabhängig von anderen Komponenten. Sie kann das erstmal tun. Nun, es gibt diese Abhängigkeiten, die sind aber immer explizit. Also zum Beispiel kann die Komponente sagen, ich brauche ein Logging-Framework. Ja, mindestens in Version 5. Das kann sie sagen. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass die Komponente an sich etwas von sich aus erbringt, eine Funktion hat. Und dafür braucht sie jetzt erstmal nicht ein Zusammenspiel mit einer anderen Komponente. Es kann aber sein, dass sie sozusagen als Basis, ich sag mal, Infrastruktur-Funktionalität benötigt. Das ist der Gedanke dahinter. Das heißt, eine Komponente ist modular. Es handelt sich um ein Modul, was jetzt auch Modul genau heißt. Werden wir in SE2 noch deutlich mehr auseinandernehmen, weil Softwarearchitektur diesen Begriff des Moduls sehr stark benutzt oder der Modularität. Eine Komponente arbeitet nach einem Blackbox-Prinzip im Gegensatz zu einem Whitebox-Prinzip. Das Blackbox-Prinzip besagt, ich weiß nur, was auf dem Kasten dieser Komponente, was da draufsteht. Ich weiß aber nicht, was drin ist. Das ist die Idee von einer Blackbox. Whitebox wäre, ich darf den Kasten aufmachen und reingucken. Und eine Komponente ist eine eigenständige Übersetzungseinheit. Heißt also, wenn ich eine Programmiersprache habe, die kompiliert, kann ich das separat kompilieren. Und es läuft als separat kompiliertes Ding. Das heißt, ich muss mir jetzt nicht alles andere da haben von meinem System, um das kompilieren zu können, sondern ich kann es einzeln kompilieren. Ist für Sie jetzt, wenn Sie aus einer, weiß ich nicht, JavaScript- oder Python-Welt kommen, für Sie vielleicht nicht verwunderlich. Aber wenn wir jetzt hier in der C++-Welt sind, ist es ja schon eine Ansage. Da geht es schon darum, was kann ich kompilieren, was braucht der Linke, was braucht der Compiler an Informationen, um das überhaupt bauen zu können. Also, soll unabhängig gebaut werden können. Es handelt sich um ein einzelnes Artefakt, also irgendein Ding, ein Ding, was man für die Installation braucht. Im Allgemeinen ist es eine Art Zip-File. Dieses einzelne Artefakt. Und wenn man das Zip-File auspackt, sind da tausend Sachen drin. Aber es geht darum, eine Datei oder ein Ding, mit das ich installieren kann. Das ist verteilbar. Das heißt, dieses Ding, dieses Artefakt, kann ich irgendwo anders hinschicken und da installieren. Das ist auch normalerweise, was passiert. Oft tatsächlich verteilt räumlich, muss aber nicht sein, kann auch verteilt sein, zum Beispiel ein anderer Prozess auf dem Rechner oder sogar ein anderer Bereich, also sagen wir eine virtuelle Maschine. Okay, verteilbar. Und es beinhaltet alle benötigten Ressourcen. Das heißt, eine Komponente geht nicht erst hin und sagt, jetzt installiere hier aber mal DataPack 3, sondern eine Komponente bringt die Daten aus DataPack 3 mit. Und alle Bilder, alle Sounds, alle Konfigurationsdateien, alles worauf das Ding arbeitet, sind in der Komponente drin, werden mitgebracht. Das heißt, dieses Zip-File, können Sie sich schon vorstellen, ziemlich dickes Ding am Ende. Eine Komponente besitzt maschinenlesbare Schnittstellen. Okay, das heißt, der Rechner selber kann auswerten die Signatur dieser Komponente und kann zum Beispiel sagen, ist alles erfüllt, was diese Komponente haben will. Das heißt, es ist eine verbindliche Beschreibung mit einer Spezifikation der Abhängigkeiten. Ich brauche Logging-Framework so und so. Und dann kann der, man nennt das Container, also wer auch immer die Komponente startet, kann dann entscheiden, habe ich hier Logging-Framework? Muss ich mir das irgendwo herholen? Braucht es vielleicht eine andere Komponente? Möchte es mit der interagieren? Brauche ich die auch noch und so? Das heißt, diese Auflösen der Abhängigkeiten, so nennt man das, kann automatisiert durchgeführt werden. Da muss kein Admin sich hinstellen, sondern der Rechner kann gucken, ich habe 20 Komponenten, die braucht das, die braucht das, die möchte mit dem reden. Und dann werden die Komponenten gestartet und diese Verbindungen gesetzt, diese Abhängigkeiten aufgelöst und gesetzt. Das ist das, was passiert. Und das muss halt maschinenlesbar sein, sonst kann es der Rechner nicht. Okay, Kriterium der unabhängigen Verteilung. Nächstes Kriterium, Fremdkomponierbarkeit. Third-Party-Composition. Third-Party ist immer dieser, irgendein Fremder, irgendjemand anders. Das ist immer Third-Party im Englischen. Grundsätzlich, die Komponenten eines Komponentensystems sind untereinander kompatibel. Ist irgendwie klar, es ist ein Komponentensystem, alles in diesem System kann miteinander reden. Es gibt verschiedene Komponentensysteme, vielleicht gab es auch verschiedene Komponentensysteme, denn viele davon sind nicht mehr so wahnsinnig aktuell. Ein paar haben sie noch, die sehr wichtig sind. Und die Idee ist letztendlich, dass das zu Anwendungen kombiniert werden kann. Diese Komponenten werden zusammengebaut wie Legosteine zu Anwendungen. Deshalb haben sie hier natürlich auch einen Legostein abgebildet. Eine einfache Form der Komponente mit, in diesem Fall, vier Noppen, die es ihm erlaubt, auf andere Legosteine aufgebaut zu werden. In der Form ein Komponentensystem. Die Idee, die da mal hinterstand, war Kotz, Commercial Off-The-Shelf. Also die Idee, dass man eine Komponente kaufen kann. Und die Idee ist Alive and Well. Also die Idee eines Shops für Artefakte gibt es überall, wenn sie zum Beispiel mal Unity oder so programmieren oder irgendeine Spiele-Engine. Gibt es eine Asset-Stores, wo sie Komponenten erwerben können, die sie in ihre Spiele einbauen. Die gab es unter Windows mal, ActiveX-Komponenten, dass man sozusagen sich GUI-Bestandteile kaufte und die in seine GUI pflanzte. Man möchte zum Beispiel eine runde Anzeige haben mit einem Zeiger in der Mitte. Konnte man kaufen in 10 Dollar und dann durfte man sie verwenden. Das heißt, die Idee war, man hat austauschbare Komponenten, die Herstellerunabhängig sind, die man Off-The-Shelf, also von der Stange, kaufen kann. Und man wollte einen Markt schaffen für dieses Kaufen von Komponenten. Diese Märkte sind entstanden. Sie sind App-Stores, heißen sie. Genau, sie sind auf einer leicht anderen Ebene entstanden. Die Idee war also wirklich, wir wollen das kommerzialisieren. Und diese Idee hat sich durchgesetzt, bloß eben nicht für Softwarekomponenten in dem Sinne, sondern auf einer Ebene von Programmen, also auf einer höheren Ebene. Warum ist das so passiert? Das ist so passiert, weil, überlegen Sie sich mal, wir reden jetzt hier von 1996, Ende der 90er Jahre. Open Source war nicht so weit. Es gab Open Source, aber war bei weitem nicht das Gewicht, das es heutzutage hat. Wir hatten quasi keine Services, es gab keine Clouds, es gab Virtualisierung nur sehr begrenzt. Also sowas wie Docker existierte gar nicht. Und dann kamen eben offene Plattformen, Frameworks, Serviceangebote, dass man zum Beispiel einfach im Netz ein Stück Code posten kann. Gab es damals nicht, ja, also diese ganze Serverless-Geschichte. Das sind Sachen, sind Angebote, also die Angebote von Google, von Microsoft, von Amazon, Cloud-Angebote, die kamen später erst. Die haben das letztendlich so ein bisschen verdrängt, weil bei dieser Komponentenansatz, der ist noch sehr der Idee verhaftet, dass das alles auf einem Rechner passiert, ja. Das ist der Server, der hochgestartet wird. Und dann die Frage, wie kriegt man das in ein Cluster, wie kriegt man das in ein System von verteilten Servern, wie spielt das mit Services zusammen, also dem Anbieten von Diensten, das ist eben noch nicht so ganz gedacht worden. Und insofern gibt es einen Beitrag von diesen Komponenten, aber auf der Ebene wurden die auch abgelöst. Letztendlich das Problem bei Komponenten ist auch, sie haben mehr Integrationsarbeit, dafür kriegen sie was, das müssen sie nicht selber entwickeln, und sie sind abhängig von Fremdfirmen. Das heißt, wenn sie sich für eine bestimmte Komponente, genauso wenn sie sich für ein bestimmtes Framework entscheiden, heißt es natürlich auch im Gegenzug, sie sind dem ausgeliefert. Das heißt, wenn die Firma sich entschließt, die Komponente einzustellen oder ein bestimmtes Feature rauszunehmen, haben sie das einfach nicht mehr. Ist ein bisschen anders bei Open Source. Mit genug Aufwand kann man das durchaus, weiß ich, in Repository forken und selber anfangen. Das geht. Das heißt, das mildert das ein bisschen ab, dieses Problem. Aber das Problem generell existiert natürlich, je mehr Fremdabhängigkeiten sie haben, desto schwieriger ist es, eigenständig zu agieren. Und sie müssen sich immer darum kümmern, diese ganzen Abhängigkeiten zu erbringen. Das heißt, zu gucken, wenn sich die Versionen der Bibliotheken ändern, wie ziehe ich meine Software nach und so. Und das kann zu Problemen führen bei großen Software mit vielen Abhängigkeiten. Wir sind immer noch Aspekt der Fremdkomponierbarkeit. Um eine Komponente zu starten, brauchen sie ein Laufzeitsystem. Man nennt das Container. Der verwaltet den Lebenszyklus einer Komponente. Was ist der Lebenszyklus? Naja, eine Komponente ist zum Beispiel, ist installiert, ist ein Zustand des Lebenszykluses, ist gestartet, wird geschlossen, ist pausiert, ist ausgelagert auf Platte. Das sind Teile des Lebenszykluses, also wie eine Komponente hochgefahren wird, runtergefahren wird, verwaltet wird. Sie können sich zum Beispiel vorstellen, großes Komponentensystem soll immer laufen, auf dem Server, darf nicht runterfahren. Jetzt möchte ich aber das Logging-Framework updaten, sprich eine Komponente muss auf eine neue Version gebracht werden und dann fahre ich die runter, dann mussten die anderen Komponenten in irgendeinen Zustand gebracht werden, der erlaubt, dass sie gerade keine Calls absetzen. Dann fahre ich eine neue Version hoch, dann muss ich das wieder alles verbinden und so. Genau, es gibt also einen Container, der auf den Lebenszyklus und auch die Abhängigkeiten dieser Komponenten achtet. Also die Abhängigkeiten herzustellen und die Abhängigkeiten auch zu warten, also zu Maintenance zu machen. Dieser Container ist eben, also ich würde jetzt sagen, verantwortlich für die technische Komposition, das Zusammensetzen mehrerer Komponenten mit deren Abhängigkeiten zu einem Programm, einer Applikation. Der übernimmt die Konfiguration und er übernimmt normalerweise auch die Kommunikation. Das heißt, er stellt Kommunikationskanäle zur Verfügung. So hat man eine gewisse Kontrolle darüber, was gesagt wird und kann zum Beispiel Aufrufe oder auch Nachrichtenweiterleitung unterbrechen, wenn, wie gesagt, was ausgewechselt wird. Oder wenn mein Netzwerk nicht da ist, dann puffert man die kurz und kann sie dann weiter zustellen. Gut, das war das Kriterium der Fremdkomponierbarkeit. Letztes Kriterium, transienter Zustand, kein Persistent State, keine Zustandsbehaftung. Ein zustandsloses Ding sollte diese Komponente sein. Das ist jetzt schwierig, finde ich, zu begreifen, weil letztendlich eine Komponente braucht ja Daten, braucht ja einen Zustand, sonst kann sie ja nichts machen. Ja, eine rein zustandslose Komponente ist trivial und hinfällig. Also klar, Sie können einen Service haben, der Ihnen eine Berechnung durchführt und Sie übergeben immer alle Daten für die Berechnung an den Service und kriegen ein Ergebnis zurück. Muss der Service nichts speichern. Aber wenn Sie eine Komponente benutzen, um zum Beispiel Benutzer zu verwalten, muss die ja in irgendeiner Weise an den Benutzernamen zum Beispiel rankommen. Ja, und dann lädt die auch Sachen rein, wie den Warenkorb oder so. Also wenn Sie so ein Shopping-System haben oder so ein E-Commerce-System. Insofern, irgendwie muss es ja Zustand geben. Was heißt denn das jetzt, dass Komponente keinen persistenten Zustand haben, sondern einen transienten Zustand? Naja, das heißt, dass der Zustand in die Komponente reingedrückt wird von außen. Besser kann ich es nicht erklären. Komponenten an sich haben erstmal keine Identität. Alle Komponenten sind gleich. Sie könnten eine Komponente 20 Mal starten oder man sagt auch instanzieren. 20 Kopien Ihrer Komponente laufen. Und jetzt müssen Sie sie in irgendeiner Weise mit Identität versorgen. Das heißt, Sie sagen zum Beispiel, nun, du bist jetzt zuständig für User 13. Und dann, was normalerweise passiert ist, von außen werden die Daten geladen, der State, und der wird dann mit der Komponente assoziiert. Zum Beispiel über eine Session. Ja, so nennt sich das einfach. Und das heißt, der State ist normalerweise, liegt der zum Beispiel in einer Datenbank, dann lädt er, wird in die Komponente reingedrückt, dann wird gemacht, was auch immer die Komponente machen will, und dann wird es im Allgemeinen wieder weggelegt. Oder vielleicht ein bisschen im Speicher gehalten. Und wenn man feststellt, 20 Minuten sind vergangen, ist hier nichts weiter passiert, wird der State wieder abgeglichen mit der Datenbank und die Komponente durchaus auch weggeräumt. Es passiert auch, dass verschiedene Anzahl von Komponenten hochgefahren werden in einem Cluster. Wenn Sie zum Beispiel ganz viel gerade Traffic haben und sehr viel auf Ihrer Anwendung passiert, kann es sein, dass 20 Komponenten der gleichen Art, der gleichen Komponente hochgefahren werden, um mit diesem Datenstrom fertig zu werden. Und wenn es dann wieder ruhiger wird, werden die wieder runtergefahren. Und dann wird das auf Platte zum Beispiel manchmal ausgelagert. Okay, also wir haben sowas. Ein Beispiel wären Stateful Session Beans, zum Beispiel in Enterprise Java, J2E. Und da ist es eben so, dass zum Beispiel bei einem Login wird auf ein Database Management System gegangen, also auf eine Datenbank. Es wird aus diesem sogenannten Persistentenspeicher, also persistent im Sinne von Anwendung kann runtergefahren werden, Anwendung kann hochgefahren werden, Daten sind wieder da. Das ist Persistenz. Transient ist so RAM. Ich schalte den Rechner aus, die Anwendung war weg, die Daten sind weg. Wenn Sie es also in eine Datenbank schreiben, man redet von persistentem Speichern, dann können Sie es danach wieder auslesen und wieder mit der Komponente assoziieren, haben also einen Zustand. Die Komponente an sich hat keinen Zustand, sondern der wird außen gehalten. Das ist das, worum es geht. Passiert normalerweise über ORMs, Object Relational Mappers, also man bildet quasi Objektzustände auf einer Datenbank ab. Ist im Moment extrem komfortabel machbar. Man kann einfach rausschreiben. Es gibt in Java zum Beispiel Standards dazu, JPA und so. Das ist eigentlich alles, was zu diesem transienten Zustand zu sagen ist. Also es gibt die Persistenz, der Zustand an sich wird irgendwo extern gemacht, in der Datenbank, und er wird mit der Komponente assoziiert, wenn die Komponente ihn braucht. Und er kann auch ausgewechselt werden. Das heißt, die gleiche Komponente kann für 100 verschiedene User zuständig sein. Und je nachdem, was da gerade reinkommt, welcher Cookie zum Beispiel, welche Session-ID, nimmt er sich in einen anderen Zustand, auf dem er arbeitet. Das ist natürlich Aufwand. Das heißt, dieses Assoziieren vom Zustand, das ist etwas, das muss gemacht werden. Macht der Container natürlich, also das sehen Sie nicht, aber es Rechenzeit, Stromverbrauch und so weiter. So, das ist dieses Kriterium, transienter Zustand. Jetzt würde ich gerne Beispiele geben für Komponentensysteme. Und das ist jetzt hier so ein bisschen Anno dazu mal, muss man sagen. Vor allen Dingen CCM, das Core-Bug-Component-Modell, die zweite Spalte hier, ist eigentlich tot. Also das glaube ich lebte nie. Ist von der OMG, das sind die Leute, die die UML machen. Programmier-Sprachen unabhängig, unabhängig von der Plattform her und wird extrem wenig verwendet. Gibt es aber und ist halt mal in von der OMG gedachten Komponenten-Modell. Was ist Alive and Kicking? Die anderen, die anderen gibt es noch. Also .NET oder früher hieß das COM, ist von Microsoft, ist die Basis für das Betriebssystem Windows, unterstützt verschiedene Programmiersprachen, weil es auf Zwischensprachen, das basiert ja auf so einer virtuellen Maschine, Plattform ist aber ausschließlich Windows, naja, mit Mono können Sie auch, also dem Mono-Framework können Sie durchaus auf andere Plattformen gehen, aber gedacht ist es für Windows und es ist eben der Unterbau. Das heißt, Windows an sich besteht aus Komponenten, man muss wissen, Herr Schiperski arbeitet oder arbeitete bei Microsoft, dieser ganze Komponentenbegriff ist sehr von Microsoft getriggert und ein großer Beitrag von Microsoft tatsächlich zu Softwarearchitektur. Sie sind ja relativ stark, diese Firma, was Softwarearchitektur betrifft und genau, Komponenten ist eine Sache, wo sie weltweit führend waren und was sie so auch in den Markt gebracht haben. Die Variante Java-seitig, also meistens werden Komponenten tatsächlich ja auf dem Server gebraucht, ne, also es ist eigentlich selten etwas, was sie auf dem Desktop finden, eine Ausnahme OSGI, kommen wir gleich zu. Server-seitig Enterprise Java Beans ist so, ja, dieses Enterprise Java J2E oder EJBs heißen die, ist eben das, was kommt von Oracle inzwischen, früher Sun hieß die Firma, Programmiersprache ist ausschließlich Java, Plattform ist eben Enterprise Java und ist ganz oft, wird das benutzt, um serverseitig was zu machen. Da gibt es dann verschiedenste Frameworks, weiß ich nicht, Spring und zum Beispiel und ja, also ein ganzes, eine ganze Infrastruktur an Technologien in dieser Enterprise Java Welt, wo man eben Serverprozesse aufsetzen kann. Jetzt ist es so, da gibt es auch sehr viel anderes, das war, sage ich mal, Anfang so 2000 war das die Technologie, alles lief irgendwie auf EJBs oder J2E, das ist nicht mehr unbedingt so. Es gibt viel Python, es gibt immer noch Ruby, es gibt in diesem Enterprise Sektor PHP ewig schon, aber auch neue Sachen wie Node zum Beispiel, also dass man JavaScript eben auf den Server einsetzt. Da gibt es relativ viel und durch neuere Architekturformen, wie zum Beispiel Microservices, ist es auch relativ Banane, was für eine Sprache sie da nehmen. Das ist also so ein bisschen nicht mehr ganz so wichtig, aber man sollte es immer noch kennen, viele, viele Systeme, mit denen sie in Berührung kommen werden, wenn sie in einem Enterprise Sektor programmieren, sind EJB, ganz klar. So, letztes Beispiel, OSGI, Open Standard Gateway Initiative, glaube ich, war mal die Idee, Java, ich glaube, sie haben mit Auto angefangen, sie wollten es ins Auto bringen, sie wollten es auf kleine Geräte, Waschmaschinen und so bringen. Ist also eine Idee, ist ein Java Ding und zwar plain old Java, also nicht J2E, also nicht das kompliziertere Java, sage ich mal, ist zum Beispiel der Unterbau für die Eclipse IDE, wenn sie die jemals benutzt haben. Ist was, was man, wenn sie in der Java Welt sind und auf einem Desktop sind, absolut nutzen kann. Das ist ein Komponentensystem, ist ziemlich cool, man kann sehr schnell eben Komponenten hochfahren und ja, zum Laufzeit auswechseln zum Beispiel, was cool ist. Und da sind dann auch so Sachen, die wichtig sind für eine Produktionsumgebung. Zum Beispiel, können sie von einer Bibliothek zwei Versionen gleichzeitig fahren? Da denken sie sich erstmal, was ist das für ein Unsinn? Aber denken sie kurz drüber nach, in der Produktionsumgebung, also ein System, was 24-7, also an 24 Stunden, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr läuft und komplex ist und viele, viele Komponenten besitzt, die unterschiedlichste Ansprüche haben, kommen sie sehr schnell in die Situation, dass sie zweimal ein Logging-Framework in verschiedenen Versionen benutzen müssen. Das eine schafft es nur mit Versionen vor 5.0 und das andere kann nur Versionen nach 5.0 benutzen. Das heißt, sie brauchen diese beiden Frameworks gerade, also das gleiche Framework in zwei Versionen und das kann erst mal Java so nicht out of the box. Also wenn sie es einfach plain vanilla Java kann das so nicht. Java hat Möglichkeiten, das zu implementieren und das wurde zum Beispiel in OSGI und auch in diesen anderen Komponentensystemen gemacht, dass man in der Lage ist, von einem Framework zwei Versionen gleichzeitig zu fahren und dass der Container sicherstellt, dass die richtige Version den entsprechenden Komponenten zusortiert wird. Also in der Python-Welt haben sie es zum Beispiel mit Environments und so, das ist so eine Sache, die braucht man, sobald Code in einer gewissen Weise komplex wird, haben sie natürlich nicht, wenn sie den Code komplett unter eigener Kontrolle haben und ein Miniprogramm haben, was sie da schreiben. Für eine Übungsaufgabe zum Beispiel ist das irrelevant, aber später im Beruf, das werden sie merken und das macht auch Ärger, dass man diese verschiedenen Versionen halten muss, maintainen muss. Gut, das waren die Beispiele für die Komponentensysteme. Ich nehme an, sie sind jetzt vollständig verwirrt, aber macht gar nichts, es wird sich alles aufklären. Als nächstes machen wir dann UML-Komponentendiagramme. UML-Komponentendiagramme sind erstmal Strukturdiagramme, ja, sie müssen sie jetzt umschalten. Wir reden über UML-Zeichen, wir reden nicht mehr über Softwareprogrammieren, wir reden über Softwaremodellieren. Also, sind Strukturdiagramme. Erinnern Sie sich, also Strukturdarstellung, keine Zeitabhängigkeit, zeigen keine Interaktionen, zeigen, wie was aufgebaut ist, in welchen Schubladen ist was. Und was zeigen die? Sie sind abstrakter als Klassendiagramme. Sie zeigen Subsysteme und sie zeigen den Verbindungen von Subsystemen über Schnittstellen. Okay. Klassendiagramme wiederum benutzen Sie oft, um den Inhalt von Komponenten zu zeigen. Was ist in der Komponente drin? Die Komponente bündelt viele Klassen. Die kann aus Hunderten von Klassen bestehen, eine Komponente. Sie muss nicht mal aus Klassen bestehen. Kann auch was ganz anderes sein. Komponentendiagramme sind recht einfach, sind aussagekräftig. Sie können damit irgendwo hingehen und mit jemandem über die generelle Architektur Ihres Programms sprechen. die kümmern sich sehr um diesen Interaktionsaspekt, aber strukturell. Also was für Signaturen haben wir? Nicht wie reden die miteinander zeitlich. Es ist, die sind so allgemein die Diagramme, dass sie recht gut für Hardware geeignet sind. Und es gibt eine eigene Sprache, die SysML, die System Modeling Language ist eine Erweiterung der UML auf Hardware, auf System, also auf Hardware, Software, Co-Modellierung, sage ich mal. Sie können damit also sowohl Hardware darstellen, als auch die Integration von Software beschreiben. Und diese Komponentendiagramme sind auch durchaus für verteilte Systeme, also Service-basierte Systeme zum Beispiel geeignet, weil sie die gleichen Probleme haben. Nämlich diese Diagramme können darüber reden, wo liegt welche Funktionalität und wie komme ich ran? Das ist das, was auch tatsächlich eine Service-orientierte Architektur braucht. Gut. Wie sieht es jetzt aus? In UML gibt es eine Notation, das grundsätzliche Element vom Komponentendiagramm sind Komponenten. Komponenten sind vom Typ Class. Okay, Class. Das heißt, sie sehen aus wie Klassen. Das heißt, sie erben auch von einem UML-Konstrukt, das heißt Classifier. Egal. Die Notation ist ein Rechteck, aber, tata, da steht drin Komponent in Möfchen. Das ist das Wort, auf das sie achten. Ansonsten haben sie eine Klasse. Also, ein Rechteck, wo Component drin steht, ist eine solche Komponente. Dann gibt es eine alternative Notation. Und zwar gab es in der UML 1 ein bestimmtes Symbol für Komponenten, davon hat man sich getrennt. Sag ich gleich noch was dazu. Es hat zwei so kleine Rechtecke und dieses Symbol können Sie als Stereotyp grafisch rechts oben oder auch irgendwo anders in Ihrer Komponente oft finden. Programme machen das oft, weil man dadurch intuitiver, schneller visuell sieht, dass es sich um eine Komponente handelt. Die prinzipielle Notation, in die in UML 1 benutzt wurde, und ich sage gleich, nehmen Sie die nicht, sind diese zwei zusätzlichen Rechtecke auf dem Rand an der linken Seite. Warum ist diese Notation in Verruf geraten? Naja, das Problem ist, diese Rechtecke haben keine Semantik. Die haben keine Bedeutung. Und Leute haben aber angefangen, Linien damit zu verbinden. Und dann hat man sich immer gefragt, was heißt denn das jetzt, wenn eine Linie auf diesem Rechteck endet? Ist es was ganz Bestimmtes? Heißt das, hat das einen Ausdruck? Ist das jetzt eine bestimmte Schnittstelle? Oder wenn zwei Linien auf dem gleichen Rechteck enden, hat das eine weitergehende Aussage und hat es halt nicht, sondern es war nur das Symbol. Und weil das Layout-Tage oder, sage ich mal, der Verbindung mit den Linien schwierig war, ist man davon weggekommen und sagt, das verwenden wir nicht mehr. Also, die UML 1-Sintax, bitte nicht mehr verwenden, Sie sollen aber wissen, dass die noch existiert. Zum Beispiel eben als grafischer Stereotyp in dieser alternativen Notation. Ansonsten, der Stereotyp Component, der muss einfach drinstehen. Sonst haben Sie keine Komponente, egal, was Sie da noch hinschreiben. In UML 2. Es gibt weitere Stereotypen. Da muss nicht unbedingt Komponent stehen. Da könnte stehen, Subsystem. Dann sagen Sie einfach nur, dies ist ein Untersystem. Okay. Es könnte Process sein. Dann haben Sie ein etwas, was transaktionsbasiert ist. Da möchte ich jetzt gar nicht hingehen. Wenn Sie etwas transaktionsbasiertes haben in Ihrem System, wissen Sie das im Allgemeinen. Wenn ich von Ihnen möchte, dass Sie in einem Komponentendiagramm Process hinschreiben, im Rahmen von einer Klausur zum Beispiel, dann sage ich Ihnen an, dass es da um Transaktionen geht. Also, Transaktionen, auf diese Schlüssel wird hören und wenn es Transaktionen benutzt, ist es ein Process. Dann gibt es Service. Das steht immer, wie gesagt, der Stereotyp steht immer statt Komponent, steht dann an Service. Das heißt, es ist eine rein funktionale, völlig zustandslose Komponente, hat auch keinen transienten Zustand. Die kann einfach halt irgendwas machen. Dann gibt es ein bisschen was, was sich mit der Entwicklung von Komponenten beschäftigt. Es gibt Specification oder auch Implement. Nee, sorry, Specification, das ist die Spezifikation der Komponente und Realization oder Implement. Die werden beide synonym verwendet. Das ist die Implementierung. Das heißt, Sie können sagen, diese Schnittstelle oder diese Komponente ist eine Spezifizierung, eine Spezifikation, hat keine Implementierung, gibt nur vor, wie die Komponente prinzipiell aussehen soll und dann wird damit verbunden, also eine Realization, eine Implementierung für diese Komponente, zum Beispiel auf einer bestimmten Plattform. Okay? Damit werden Sie erst mal, glaube ich, nicht konfrontiert werden, aber kann sein, dass Sie es irgendwo mal sehen, deshalb wollte ich es hier erwähnen. Das nächste Konstrukt, um das wir uns kümmern müssen, sind Ports. Ports sind, wer hätte es gedacht, kleine Quadrate oder Rechtecke und jetzt halten Sie sich fest, auf der Seitenlinie des großen Rechtecks der Komponente. Die haben aber jetzt eine klare Semantik, nämlich Sie definieren Punkte für die Interaktion von der Komponente oder was da drin ist mit dem, was außen ist, der Umgebung. Das heißt, Sie können einen Namen tragen oder Sie tragen immer einen Namen, aber Sie können sich entscheiden, diesen Namen anzuzeigen und Sie kleben eben auf diese Außenlinie, wie Sie hier sehen in dem Beispiel, da gibt es zwei Ports, die heißen einmal Suche und einmal Verwaltung von der Komponente Mitarbeiterverzeichnis. Die Ports gehören damit zu dieser Komponente und die Ports sind dazu starr, Kommunikation abzuwickeln. Das heißt, über diese Ports kann man Nachrichten austauschen in beide Richtungen. Das heißt, es können von außen Nachrichten auf die Komponente gesendet werden, die dann irgendwie von der Komponente bearbeitet werden und die Komponente kann auch über diesen Port Nachrichten nach außen leiten. Okay, das ist ja glaube ich erstmal okay, das ist jetzt irgendein Ding, durch das wir Nachrichten abwickeln können. Ports können Multiplizitäten haben. Da kann jetzt eine 2 daneben stehen oder ein Stern. Dann sagen wir, hey, dieser Port ist oft, oft vorhanden, so oft, wie es dran steht. In der SysML sind diese Ports ganz nützlich, weil sie halt Ports von Hardware beschreiben. Da können sie tatsächlich reale Ports beschreiben, zum Beispiel sie reale Schnittstellen oder so. In der Software müssen wir uns immer, immer Gedanken machen, was heißt denn das hier eigentlich? An den Ports hängt jetzt was dran. An den Ports hängen Schnittstellen dran. Ich wiederhole kurz mit den Schnittstellen, was das war. In UML ein Rechteck mit dem Stereotyp Interface, in dem Methoden drin sind. Das heißt, wie eine Klasse ohne Attribute quasi. Schnittstellen sind aber jetzt erstmal immer abstrakt, ja, per se. Das heißt, sie geben nur eine Signatur vor. Sie regeln und ermöglichen den Nachrichtenaustausch, indem sie eine formale Signatur definieren. Was heißt das? Das heißt, dass sie beschreiben, wie die Methoden aussehen, welche Parameter wir in den Methoden haben, was sie zurückgeben. Macht Sinn bei einer statisch getypten Programmiersprache. Da haben sie auch Konstrukte, die das unterstützen. Die sagen halt, es gibt diese zwei Methoden, die eine hat keine Parameter, gibt ein Int zurück und die nächste hat zwei Parameter und gibt nichts zurück oder so. Das heißt, die sagen, was können sie an Nachrichten an diese Komponente schicken. Okay, also eine Schnittstelle definiert, was für Nachrichten sind denn vorhanden. Okay. Erinnern Sie sich auch wieder? Nachrichtenaustausch heißt unter Umständen Methodenaufruf in der Objektorientierung. Wir unterscheiden jetzt zwischen zwei Dingen. Zwischen sogenannten angebotenen Schnittstellen. Das sind Schnittstellen, die die Komponente selber nach außen gibt und sagt, hey, auf mir kannst du diese Methoden aufrufen. Das heißt, ich realisiere die Funktion dieser Methode. Ich bestelle die für andere bereit. Und die Notation ist dieser Lollipop, den Sie hier sehen. Einträge verwalten heißt dieser Lollipop. Das heißt, die Schnittstelle Einträge verwalten wird angeboten, das wird dadurch syntaktisch ausgedrückt, von der Komponente Adressbuch. Das auf der anderen Seite sind benötigte Schnittstellen. Man sagt also, ich würde gerne eine Schnittstelle benutzen, um meine Funktionalität zu erbringen, brauche ich eine andere Schnittstelle. Das markiere ich mit so einem Art Greifer, wie Sie hier sehen. Hier steht zum Beispiel, die Komponente Adressbuch.gui, eine andere Komponente, möchte auf eine Schnittstelle Einträge verwalten, zugreifen. Die muss zur Verfügung stehen, damit die Komponente funktionsfähig ist. Also Adressbuch.gui kann nur arbeiten, wenn die Abhängigkeit zur Schnittstelle Einträge verwalten aufgelöst wird. Einträge verwalten, diese Methoden werden aufgerufen von Adressbuch.gui, aber sie sind nicht implementiert in Adressbuch.gui, sie sind irgendwo anders implementiert, beispielsweise in der Komponente Adressbuch, aber das wissen wir nicht. Das ist eine Schnittstelle, die kann ausgewechselt werden, kann auch eine ganz andere Komponente sein. Aber wie Sie sehen, das passt hier schon, man könnte die sozusagen daran zusammen verbinden. Und das ist ganz, diese Syntax von diesen angebotenen und benötigten Schnittstellen sind so gewählt, dass man das Gefühl hat, man kann die so zusammenschließen. Das ist die Idee. Okay, angebotene und benötigte Schnittstellen. Das ist ein wichtiges Konzept. Sie müssen lernen, wie dafür die Notation jeweils aussieht. Jetzt gebe ich Ihnen ein paar Beispiele mit Ports und Schnittstellen und Komponenten und wie das zusammenhängt. Also, alle drei werden in ein Diagramm gezeichnet. Sie haben hier jeweils vier Beispiele mit jeweils einer Komponente, Component Name, habe ich einfach da, das steht im Namen, irgendeine völlig Dummy-Komponente, ganz egal. Im ersten Beispiel hat diese Komponente eine Schnittstelle A, die Sie zur Verfügung stellt. Woher wissen Sie, dass es eine Schnittstelle A gibt? Naja, Sie haben dieses Lollipop-Symbol und da steht A daneben. Dann wissen Sie, Sie haben eine Schnittstelle A. Was ist mit dieser Schnittstelle? Die wird zur Verfügung gestellt, das heißt angeboten von Komponente Name, weil es sich um den Lollipop handelt und weil die Assoziation von diesem Lollipop zu dieser Komponente geht. Deshalb wird die angeboten. Okay, super. Was ändert sich jetzt zum nächsten Beispiel? Die Komponente bietet immer noch eine Schnittstelle A an, aber sie bietet die über einen Port an. Das ist ein sogenannter einfacher Port, weil nur eine Komponente angeboten wird. Wenn es mehrere sind, sind es komplexe Ports. Sehen wir gleich. Also, die Schnittstelle A wird über den Port hier angeboten. Der hat einen Namen, aber dieses Diagramm verrät uns nicht, wie er heißt. Und ja, von der Komponente erbracht. Man kann auch sagen, die Komponente hat einen einfachen Port, der ist typisiert, okay, mit der angebotenen Schnittstelle A. Das heißt, Typisierung, diese Signatur ist dort vorhanden. Dort auf diesem Port kann man die eben aufrufen. Dort kann ich die Nachrichten übergeben. Das ist die Funktion von Ports. Das dort sozusagen. Nächstes Beispiel. Ein komplexer Port. Ein komplexer Port in diesem Fall ist ein Port, der typisiert ist mit mehr als einer Schnittstelle. In diesem Fall A und B, zwei Schnittstellen. Und jetzt, aufgemerkt, Sie haben, die Schnittstelle B ist benötigt. Die ist nicht angeboten. Das sehen Sie, weil es so eine Greifernotation hat. Das heißt, die hier abgebildete Komponente heißt ein Port und über diesen Port bietet sie an eine Schnittstelle A und benötigt eine andere Schnittstelle B. Sonst kann sie nicht funktionieren. Das heißt, der Container für eine Komponente, wenn die hochgefahren ist, müsste gucken, habe ich irgendwo jemand, der eine Schnittstelle B anbietet und dann könnte die Komponente damit verbunden werden und alle Abhängigkeiten werden erfüllt und sie könnte starten. So, letztes Beispiel, ganz unten. eine Komponente mit einem komplexen Port, der über den zwei Schnittstellen angeboten werden, nämlich die Schnittstellen A und C und eine Schnittstelle benötigt wird, die Schnittstelle B. So, ich glaube, es ist klar, wie das aussieht mit den Ports. Ganz oben sehen Sie, dass Sie den Port nicht zeigen müssen. Ich rate Ihnen generell dazu, weil es Ihnen mehr Informationen in dem Diagramm zur Verfügung stellt. Aber wenn Sie es halt mal nicht brauchen, weil Sie sich über Ports in dem speziellen Diagramm keine Gedanken machen wollen, können Sie das auch sein lassen. Machen Sie es nicht aus Faulheit, überlegen Sie sich schon, worüber wird das eigentlich ausgetauscht. Ist es hier ein Pipe, ist es ein Socket, ist es eine Message Queue, lokaler Call, gibt ja tausend Möglichkeiten. Okay, soviel zu Ports, Schnittstellen und Komponenten. Jetzt ist die Frage, wie werden die Sachen verbunden? Und da sehen Sie, es gibt sogenannte Konnektoren, da sehen Sie zwei Stück. Wir haben den Delegationskonnektor, sage ich gleich, der verbindet Ports und wir haben den Kompositionskonnektor, der komischerweise aussieht wie so ein Greifer, der so ein Lollipop hält. Warum ist das wohl so? Naja, weil es genau das darstellt. Es stellt das Mapping sozusagen von einer benötigten Schnittstelle mit einer angebotenen Schnittstelle dar und das ist der Kompositionskonnektor. Er stellt diese Verbindung dar und damit kann jetzt plötzlich eine Komponente mit einer anderen reden und zwar tut sie das über diese Schnittstelle. Sehen Sie mal das Beispiel hier unten. Da haben wir einen Stereoverstärker, der hat ein Eingangssignal und ein linkes und rechtes Ausgangssignal und wenn ich da jetzt mal reingucke in diese Komponente, ja, ich habe einfach nur die aufgeklappt. Das war schon immer da drin, ich habe es Ihnen bloß nicht gezeigt. Das kann man so mit der UML machen, wir können verschiedene Diagramme mit verschiedenen Abstraktionsebenen machen. Dann sehen Sie hier beide Konnektoren in Aktion. Also die Komponente Stereoverstärker hat drei Unterkomponenten. Vorverstärker, Endstufe links, Endstufe rechts. Ich habe mir das jetzt hier ausgedacht, ja. So, die Komponente Stereoverstärker bietet eine Schnittstelle Eingang an über den Port in. Okay, der Port in, den haben Sie schon gesehen, das ist da ganz links. Komponente Eingang wird angeboten. Da ich hier Hardware modelliere, könnten Sie auch sagen, benötigt eine Schnittstelle Eingang. Das wäre ja genauso legitim. Ich habe jetzt gesagt, sie wird angeboten. Was auch immer eine Schnittstelle in der Hardware ist. Mit Software macht das einen ganz, ganz großen Unterschied. So, dann sehen Sie, von diesem Port in, gibt es einen Delegationskonnektor, der geht auf einen Port, der ist unbenannt, von der Komponente Vorverstärker. Das heißt, alles, was jetzt an Nachrichten reinkommt über den Port in und auch rausgeht über den Port in, wird mit diesem speziellen anderen Port von der Komponente Vorverstärker abgewickelt. Können Sie sich, glaube ich, ganz gut vorstellen, wäre in diesem Fall ein Kabel. So, und dann geht es weiter. Die Komponente Vorverstärker hat ja noch einen zweiten Port und darüber wird eine benötigte Schnittstelle definiert, nämlich die Schnittstelle Signal. Und hier sehen Sie schon was Lustiges. Da gibt es den Kompositionskonnektor, der die Schnittstelle Signal benutzt, um den Vorverstärker mit beiden Endstufen zu verbinden. Interessant. Ich habe das hier ganz hübsch gezeichnet. Ich habe nämlich so eine Zusammenlegung der Linien auf der Seite von dem Schnittstelle Signal zu den Endstufen gemacht, diese Assoziation. Das wird Ihnen Ihr Tool nicht so unterstützen. Sie können es so ein bisschen rumziehen, aber letztendlich ist es zweimal die Notation eines Lollipops, der an den jeweiligen Ports der Endstufen klebt. Aber Sie können das halt, wenn ich das in einem Grafikprogramm mache, so hübsch zusammenziehen. Ich glaube, Sie können es lesen. Also, der Komponente Vorverstärker benötigt eine Schnittstelle Signal, und diese Schnittstelle wird sowohl von der Endstufe links dieser Komponente über einen unbenannten Port als auch von der Endstufe rechts auch eine Komponente über einen unbenannten Port zur Verfügung gestellt. Ihr Tool der Wahl, Magic Draw oder so, erlaubt Ihnen noch viel mehr. Sie können jetzt auf diese Schnittstelle klicken und Sie können sich genau angucken, was sind denn die Methoden, die da definiert wurden. Aber ich glaube, Sie sehen, wie diese Schnittstelle dafür zuständig ist, zu definieren, welche Arten von Nachrichten, Lease, Methodenaufrufe zwischen diesen Komponenten möglich sind. Und am Ende, nach den Endstufen, um auf die linken und rechten Ausgänge zu kommen, haben wir wieder die Legationskonnektoren, die sozusagen den Informationsfluss aus der Endstufe mit den Ausgängen des Stereoverstärkers verbinden. Und da sagt man dann, oder habe ich hier gesagt, an der Stelle, wie gesagt, reine Wahl meinerseits, und ich benötige jeweils eine Schnittstelle Lautsprecher, die ich einmal an dem Port links und einmal an den Ports rechts oder L und R eben verwende. Das ist eine Möglichkeit, Hardware zu modellieren. Für Software ist es exakt das Gleiche, aber Sie haben weniger Wahlmöglichkeiten, so ein bisschen. Das werden Sie merken, wenn Sie Software modellieren. Okay, also das ist sozusagen mein Beispiel. Eine Sache, auf die ich noch gerne kommen möchte, ist, es gibt sogenannte Notationsalternativen. Weil, sehen Sie den oberen Teil des Bildes an. Dort sehen Sie, was wir gerade besprochen haben. Wir haben eine Komponente Adressbuch, die bietet eine Schnittstelle Einträge verwalten an. Das heißt, sie realisiert die, so heißt die Beziehung. Und die Komponente Adressbuch UI benutzt diese Schnittstelle Einträge verwalten. Und dann haben wir so einen Kompositionsconnector und das zeigt, wie die zusammenhängen. Okay, super. Eine andere Form, die Sie auch schon kennen, sehen Sie auf der unteren Seite dieser Folie. Gleiche Ding. Die Komponente Adressbuch realisiert und das ist das, was ich Ihnen als Realisierung gezeigt habe. Dieser Pfeil realisiert das Interface Einträge verwalten. Das ist jetzt die andere Form, das Interface darzustellen. Und die Komponente Adressbuch UI benutzt mit diesem Use-Stereotyp und der Abhängigkeit das Interface Einträge verwalten. Das kennen Sie schon. Und ha ha, es ist exakt das Gleiche. Bloß anders gezeichnet. Ja, nun fragen Sie sich vielleicht, warum gibt es diese zwei Möglichkeiten, das zu zeichnen? Naja, in der unteren Art, wie es gezeichnet ist, das können Sie gut in einem Klassendiagramm benutzen. Da können Sie nämlich jetzt anfangen, die Methoden des Interfaces reinzuschreiben. Und dann sehen Sie, welche Methoden zwischen diesen beiden Komponenten aufgerufen werden können. Die obere Variante zeigt Ihnen ja nicht die Methoden. Und das ist gut für so ein Komponentendiagramm, um schnell den Überblick zu kriegen. Es interessiert Sie gar nicht genau, was steht denn da jetzt genau drin an Methode, sondern ich will nur wissen, hey, welche Komponente mitredet mit welcher und über welche Schnittstelle. Und das Wichtige an der Stelle ist die Name, der Name der Schnittstelle. Weil der sagt Ihnen etwas über die Funktion aus. Gut, also, diese beiden Notationsalternativen sollten Sie kennen. Ist wichtig. Also, für Sie wichtig in der Klausur. Und, ja, denken Sie daran, dass Sie sozusagen die einfache, die Lollipop-Form benutzen, wenn Sie gar nicht über die Methoden reden wollen und die andere, wenn Sie genauer werden wollen, im Rahmen eines Klassendiagramms beispielsweise. Ich würde jetzt gerne mit Ihnen noch ein Beispiel besprechen. Das Beispiel dreht sich um ein Autoradio. Ja, also, so ein Standard-Autoradio, Oldschool-Autoradio ohne Touchscreen und nix, ne, so ein kleiner Knopf auf der linken Seite, ein paar Knöpfchen, also so ein Drehregler auf der linken Seite, oben eine CD-Schublade oder so ein Slot-In-Ding, rechts ein AUX, wo man dann das Telefonrand stöpselt und tatsächlich Musik drüber hört. Ja, so sieht einfach so ein Autoradio aus. Okay, können wir uns vorstellen. Wuff, das ist eine Komponente, die dieses Autoradio darstellt. Mein Modell der Komponente. Okay, also die Component-Autoradio hat fünf Ports, die ich alle nicht benannt habe, kommen wir später zu. Über den ersten Port wird eine Schnittstelle AUX realisiert. Also, ich biete eine Schnittstelle an und ich, das Autoradio, mache diese Funktion. Der zweite Port stellt eines ein einfacher Port, stellt eine Schnittstelle Bedienelemente zur Verfügung, realisiert auch die Komponente Autoradio. Danach, die nächsten drei Schnittstellen werden benötigt. Der Port L und der Port R benötigen jeweils eine Schnittstelle Ausgang, da soll das Signal rauskommen und dann gibt es noch einen Port, der eine Schnittstelle Antenne benötigt. Naja, das soll das Ding sein, wo sozusagen die Antenne angestöpselt wird für das Radio, die ja irgendwo verläuft und dann hinten rauskommt an dem Slot, wo Sie das Autoradio reinfummeln können, vorne in Ihrem Dashboard. Wenn ich das jetzt aufklappe, kriegen Sie diese wunderschöne Zeichnung. Dies ist ein Komponentendiagramm und so sehen Komponentendiagramme aus. So, was sehen Sie? Na, erstmal sehen Sie wiederum die Komponente Autoradio, der große außenrum, dieser große Kasten. Und da sind wiederum die Pods drin und wiederum die Schnittstellen, die wir eben schon gesehen haben. Also ganz oben die Antenne, der rechten Seite dieses Interface AUX Auxiliary, dieser Eingang, die Bedienelemente und die beiden Lautsprecher Verbindungen für links und rechts. Uh, hier habe ich es links und rechts benannt. Eigentlich müsste es L und R heißen. Was sehen Sie noch? Naja, Sie sehen, da drin sind noch fünf weitere Komponenten. Radio, Display, Steuerung, CD-Spieler, Verstärker. Und irgendwie sind die alle miteinander verbunden. Und da sind jetzt die Delegationskonnektoren. In dem Fall sind das die Assoziationen, die zu den Außenports gehen. Also zu der Antenne dann letztendlich, zu den Lautsprechern über Port links und rechts und zu AUX und Bedienelemente. Diese einfachen Linien. Das sind die Delegationskonnektoren. Und Sie haben jede Menge Kompositionskonnektoren, die die angebotenen benötigten Interfaces miteinander verbinden. Fangen wir zum Beispiel mal auf der linken Seite an, bei dieser Komponente Display. Da gibt es die Textanzeige. Das ist eine Schnittstelle und die wird zur Verfügung gestellt vom Display und wird verwendet von Radio, Steuerung und CD-Spieler. Okay. Über einen Port und über jeweils ein Port an jeder Komponente. Nehmen wir mal die Komponente Steuerung. Das könnte jetzt zum Beispiel ein Can-Bus sein. Ja, dieser Port. Das Ding, worüber die Nachrichten ausgetauscht werden. Über den gleichen Port wird auch die Steuerung des Radios über das Interface Radio-Steuerung und die Steuerung des CD-Spielers über das Interface CD-Steuerung vorgenommen. Könnte auch ein I-Square-C-Bus sein oder irgendwie sowas. Könnte auch Direktkabel sein, kann auch ein reiner Software-Aufbruch sein. Gut. Also, die Komponente Steuerung hat diesen Steuerungsbus, mit dem es mit den verschiedenen Komponenten redet und die verschiedenen Komponenten greifen direkt auf das Display zu. Das macht nicht immer die Steuerung seine Entscheidung an dieser Stelle, sondern das Radio kann zum Beispiel selber auf das Display zugreifen. Okay. Die Schnittstelle Antenne wird wie gesagt benötigt und wird intern delegiert an die Komponente Radio. Der CD-Spieler braucht keine Antenne. Und das Signal vom Radio wird zur Verfügung gestellt von der Komponente Radio und von der Komponente Steuerung verwendet. Sehen Sie bei Radio-Signal auf der rechten Seite. Das exakt gleiche passiert für CD-Signal, wo der CD-Spieler eine Schnittstelle CD zur Verfügung stellt, beispielsweise ein Audiokabel und das geht in die Komponente Steuerung rein. Die Komponente Steuerung selber hat auch noch diesen Auxiliary-Eingang und die Bedienelemente, die Knöpfchen, die irgendwas machen. Und dann hat sie noch ein Ausgangssignal. Das benötigt sie und die Schnittstelle Ausgangssignal wird zur Verfügung gestellt vom Verstärker. Habe ich so modelliert, hätte man auch umdrehen können. Und der Verstärker wiederum wird delegiert, die Ausgänge an eben diese Lautsprecher-Schnittstellen über die Ports links und rechts. Ja. Ist glaube ich relativ klar, wenn auch natürlich etwas komplexer. Das ist aber natürlich noch kein komplexes Komponentendiagramm. Komplexe Komponentendiagramme haben 20, 30, 40, 50 Komponenten und werden dementsprechend dann schwieriger mit Nesting, also dass man sozusagen schachtelt, wie Sie es hier auch schon sehen. Das Schöne ist, wenn Sie das in einem Tool haben, können Sie Sachen halt auch zuklappen. Also Sie können jetzt einfach sagen, okay, Komponente Autoradio habe ich mir angeguckt, klappt mal wieder zu. Ich möchte jetzt die anderen Komponenten sehen. Ich würde jetzt nochmal weitergehen, damit Sie sehen, wie das aussieht mit den Klassen. Also die Komponente CD-Spieler, picken wir uns jetzt hier mal raus, die hat ja dieses, die benötigt ja die Schnittstelle Textanzeige und sie bietet an die Schnittstelle CD-Steuerung und CD-Signal. Ich gehe nochmal zurück. Sehen Sie, Textanzeige geht zu Display, CD-Steuerung wird benötigt von Steuerung, CD-Signal, DITO. Okay, die möchte ich jetzt gerne mal aufklappen und gucken, wie sieht es da drinnen aus. Und wenn Sie das machen, hier ist sie nochmal, ich habe sie einfach anders gezeichnet, ein komplexer Port mit benötigter Schnittstelle Textanzeige, angebotener Schnittstelle CD-Steuerung, ein anderer Port mit angebotener Schnittstelle CD-Signal. Wenn wir das jetzt aufmachen, können wir so ein bisschen modulieren, ich habe hier ein Paketdiagramm genommen, wie letztendlich die Implementierung in dieser Komponente aussieht. Ja, also wenn Sie jetzt Paketdiagramm noch nicht kennen, bitte gucken Sie sich erst an, was das Paketdiagramm ist. Letztendlich zeige ich hier zwei Pakete, CD-Spieler und Display. Er schien mir sinnvoll, das so aufzuteilen. Und in dem Paket Display habe ich das Interface Textanzeige, da sozusagen, das ist exakt das gleiche, wie oben, rechts in der Ecke, die Textanzeige, dieses Interface, was ich hier benötige. Und jetzt könnte ich natürlich die Methoden zeigen. Mache ich auch gleich. Und im Paket CD-Spieler habe ich eine Interface Steuerung. Das habe ich jetzt uminnahmt. Das ist diese CD-Steuerung, dieses Interface. Also die Komponente, für die Komponente heißt es CD-Steuerung, intern ist es eben Steuerung. Ich habe ja das Paket CD-Spieler, also ich muss jetzt nicht überall CD davor schreiben. Das Präfixen kann ich mir sparen. Ich habe ja einen ganz kleinen Scope, in dem ich bin. Und die Steuerung, dieses Interface, wird realisiert von einer Klasse Steuerung Impel. So, die sieht jetzt keiner außen, denn erinnern Sie sich, Komponenten sind Blackbox. Man kann nur sehen, was außen rauskommt. Also die Labels, die draufstehen, was jemand Ihnen draufgeschrieben hat, die können aber nicht reingucken. Und Sie sehen nicht, dass es hier Steuerung Impel gibt und eine andere Klasse CD-Laufwerk und eine Klasse Titel und eine Klasse Inhaltsverzeichnis und eine Aggregation zwischen Inhaltsverzeichnis und Titel und so. Das ist Ihnen alles verborgen. Aber natürlich, Sie als Entwickler können da reingucken, keine Frage. Aber von außen bei dieser Komponente sieht man nur die Schnittstellen, die benötigt werden und die angeboten werden, plus die Ports. Gut, wenn wir noch weiter gehen, sehen Sie mal, das ist einfach nur dieser CD-Spieler. Das ist jetzt das detaillierte Klassenmodell. Da haben Sie wieder das Interface Steuerung und jetzt haben Sie Methoden in Steuerung Impel. Und die Methoden, Sie hätten auch Methoden im Interface, das habe ich mir mal gespart, sind sowas wie aktiviere CD-Spieler, spiele CD, stoppe CD, Titel zurück, Titel vorwärts, Titel von vorne, CD auswerfen, Titel Ende erreicht, bla bla. Und jetzt kommen Sachen dazu, die Sie aus dem Klassendiagramm natürlich kennen. Zum Beispiel, dass es eine Relation gibt, also eine Assetation gibt zwischen Steuerung Impel und Titel. Die ist optional auf Seite des Titels und die heißt aktueller Titel. Das heißt, die Steuerung kennt einen aktuellen Titel, der kann da sein oder auch nicht und ein Titel hat eine Zahl und eine Startposition. So ist das bei CDs gemacht. Es gibt dann 99 Stück maximal, die hängen an einem TOC, an einem Table of Contents, also es gibt einen Redbook-Standard, weiß nicht, ob Sie den kennen, für CD-ROMs und da steht halt drin, es gibt so ein TOC und da stehen die Einsprungpositionen wie eine Schallplatte. Wo muss ich den Laser hinsetzen, damit er sozusagen losspielen kann? Genau, und da sind diese Positionen eben registriert und ja, so kann ich halt abspielen. Wenn ich weiß, Titel 3, weiß ich, welche Position ich spiele. So, und da sehen Sie, ich habe jetzt Attribute, ich habe jetzt Methoden und ich habe jetzt, Sie müssen gar nicht verstehen, wie das genau läuft und Assoziationen zwischen diesen Klassen. Das ist drin in meiner Komponente CD-Spieler. Ein komplexes Klassensmodell, es wird noch viel komplexer, wenn man da tatsächlich Code schreibt. Okay, aber nur, dass wir jetzt den Zusammenhang sehen, diese Klassen, jetzt hier mal vier Stück und ein Interface, sind in einer Komponente drin. Eine Komponente kann 100 Klassen haben. Okay, eine Komponente ist quasi ein komplettes Subsystem unter Umständen. Damit schließe ich jetzt erstmal den Teil ab und würde gerne eine Zusammenfassung machen und Ihnen ein bisschen mehr Informationen geben. umldiagrams.org erwähne ich ja öfters mal die Seite, gibt es natürlich eine Komponenten, das Komponentendiagramm wird besprochen, ja, also gucken Sie sich ruhig mal an, ist auch schön für die Vorbereitung, falls ich es schlechter erkläre oder falls Sie es lieber auf Englisch lesen wollen. Dann gibt es hier das Buch von Schiperski, das ist jetzt die zweite Auflage, 2002. Das ist ein unglaublich dichtes Buch. Da muss man wirklich, wenn man das Lesen verstehen will, muss man sich durchackern. Ist aber gut, ist aber wirklich eine interessante Sache. Wie technisch relevant das für Sie ist, hängt davon ab, wo Sie am Ende arbeiten. Das ist jetzt nicht ein Buch, was Sie mal, es sei denn, es spricht Ihre Neigungen, aber das müssen Sie jetzt mal nicht eben lesen, sondern es ist was, das können Sie sich reintun, wenn Sie wirklich verstehen wollen, worum es geht und wenn Sie in einem Bereich arbeiten, der sich mit Komponenten, Softwarekomponenten beschäftigt. Okay, lassen Sie mich noch einmal zusammenfassen. Wir haben angefangen, oder ich habe angefangen, Ihnen darzustellen, was sind Kriterien für Komponenten und da hatten wir die Kriterien der Unabhängigkeit, der Fremdkomposition und dass es zustandslos ist. Und das waren diese drei Kriterien, die ich Ihnen einzeln erklärt habe. Danach haben wir über Komponentendiagramme geredet und ich habe Ihnen erklärt, dass eine Komponente als ein Rechteck mit dem Stereotyp Component dargestellt wird und eventuell einen weiteren Stereotypen besitzt. Und auch für Component gibt es andere Stereotypen, Service zum Beispiel oder Process. Dann gibt es Ports, diese kleinen Rechtecke, die auf der Außenlinie sitzen, über die die Nachrichten ausgetauscht werden mit der Komponente, in beide Richtungen. Diese Ports können mit Schnittstellen typisiert sein. Dann werden sie einfache Ports, wenn es nur eine ist, oder komplexe Ports, wenn es mehrere sind. Und diese Schnittstellen können auf zwei verschiedene Arten angebunden sein. Sie können als angebotene Schnittstelle dargestellt werden, als Lollipop, oder als benötigte Schnittstelle mit dieser Art Greifer. Und dann gibt es zwei Konnektoren. Das sind die Linien, die Schnittstellen miteinander verbinden beziehungsweise Ports miteinander verbinden. Wenn Ports miteinander verbunden werden, ist es eine einfache Linie, und das heißt Delegationskonnektor. Und das braucht man, um zum Beispiel, wenn man geschachtelte Komponenten hat, die Ports der geschachtelten Komponente mit der inneren Komponente, mit der äußeren zu verbinden. Und den Kompositionskonnektor, den benötigt man, um eine angebotene mit einer benötigten Schnittstelle zu verbinden. So, ich hoffe, Ihnen ist jetzt alles klar, oder es reicht zumindest, um die Übungsaufgabe durchzuführen. Und dabei wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Und ansonsten, wie gesagt, gucken Sie sich vielleicht die Webseite umldiagrams.org an. Und ich wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund. Vielen Dank.